Hey, ich bin der Thomas und ich arbeite jetzt schon seit knapp 10 Jahren beim Romberg in IT-Abteilung. Mein Berufswerk hat vor ziemlich genau 20 Jahren als Lehrling angefangen. Ich habe damals nicht unbedingt gewusst, was ich machen soll. Und dann hat der Bekannte gesagt, komm mal zu unserer Firma, das ist super. Und dann habe ich mir das angeschaut und das hat mir dann sogar gefallen, dass ich mich für die IT entschieden habe. Damals noch ein bisschen anders als heute, noch nicht so ganz mit dem modernen Zug, aber schon mit richtig viel Spaß. Früher habe ich so klassisch CD-Sprint, Computer installiert, Kabel gezogen. Auch habe ich richtig coole Sachen gemacht, wie Livecams aufgelenkt, WLAN bei Firmen eingerichtet. Und bei den Handys bin ich von Anfang an dabei gewesen und natürlich noch viel mehr. Wenn du bei uns eine Lehre anfängst, dann bin ich den Lehrlingsausbildner und somit auch den wichtigsten Ansprechpartner. Mir ist es wichtig, dass du bei uns etwas lernst und dich entwickelst. Mit einer gehörigen Portion Motivation von deinem Sittobus werden wir sicher super zig miteinander erobern. Ich würde mich freuen, wenn wir es persönlich kennenlernen. Vielen Dank. Tschüss. Amen.